Das hier zum Verkauf angebotene ca. 160 m² Wohn- und Geschäftsgebäude befindet sich im Kreis Kochenzell. Das Objekt ist verkehrstechnisch gut angebunden. Beheizt wird das Objekt über eine Ölzentralheizung. Das Wohn- und Geschäftsgebäude verfügt über einen Keller. Der Kaufpreis des Objekts beträgt 80.000 Euro. Immobilien Weltermann EK steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017